Die Chancen und Vorteile der Europaregion aus kulinarischer Sicht liegen meines Erachtens nach in der Vielfalt an Düften, Geschmacksrichtungen und fantasievollen Kreationen der einzelnen Gegenden. Mit diesen drei Komponenten können wir durchaus auch im Ausland punkten und gegebenenfalls mit der dortigen Ess- und Lebenskultur vermischen und kombinieren. Genauso wie wir deren Kochkunst lernen und sie in unsere Küche integrieren können. Die Europaregion unterstützt mich bei der Zusammenarbeit mit Produzenten und Bauern aus dem gesamten Territorium, die sich mitunter in ökokompatiblen Genossenschaften zusammengetan haben. Damit werde ich in der Lage versetzt, auch regionale Bioprodukte zu kaufen, womit sich ein Kreislauf der kurzen Wege schließt, der nicht zuletzt den lokalen Produkten zugutekommt und den lokalen Produzenten. Die Europaregion fördert die Produktion und den Vertrieb lokal hergestellter Lebensmittel, was der Gastronomie und uns Köchen die Möglichkeit gibt, mit gesunden, nachhaltigen Produkten aus der Region zu arbeiten und damit die Qualität entscheidend zu erhöhen. Ein riesiger Vorteil angesichts ständig wiederkehrender Lebensmittelskandale auf globaler Ebene.